Ganz normale Tablethalterungenständer kennt eigentlich jeder, aber kennt ihr auch die Belgien Tablet Stage. Einen ganz normalen Tabletständer oder so eine Halterung kennt wirklich jeder, ist auch etwas sehr sehr praktisches. Das Ding ist sozusagen Next Level, damit soll man beispielsweise Dokumente gut scannen können. Oder das Tablet ist auch wirklich in der Luft, wirklich höher als wenn so ein Ständer am Tisch ist. Darum schauen wir uns das Ganze heute mal an. Von außen gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sehen, man sieht aber ich habe das ganze von Amazon Warehouse bekommen, das heißt das Ding war schon mal offen, ist nicht so eingepackt wie es eingepackt sein sollte, aber normalerweise sind da nicht viele Unterschiede. Hier wird man wie immer mit ein bisschen Altpapier begrüßt. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Funktionen von dem Ding, das ganze ist noch einmal in einer Folie und ansonsten ist hier auch nichts mehr drinnen. Dann schauen wir uns vielleicht zuerst noch kurz die Hardware an. Also unten vier kleine Gumminoppen, das heißt das Ding sollte nicht herumrutschen, nein das tut es auch nicht. Die Teile sind aus Metall, das ist Kunststoff und hier wenn man jetzt drückt, man kann auch ohne drücken, da kann das ganze ausfahren. Okay jetzt rastet es ein, man müsste es noch einmal drücken, wenn man es zusammenlegen will. Da ist eine Gummimatte drüber, das heißt fürs Tablet, dass es nicht herumrutscht. Da kann man hier vorne natürlich eine kleine Stütze ausklappen, dass das Tablet auch nicht runterrutscht und so steht das ganze. Das ist jetzt ein Tab S7 Plus, also ein relativ großes Tablet und damit gibt es auch überhaupt keine Probleme, dass es das Gewicht nicht halten könnte. Auch mit Hülle rutscht das Ding nicht herum. Das ist schon mal sehr sehr gut. Das wäre jetzt sozusagen die erste klassische Anwendung, Videos schauen. Man sieht, das Tablet ist wirklich schön in der Höhe, viel viel höher als bei normalen Tabletstellen, wo das Ding einfach da unten ist. Man kann es jetzt natürlich auch wirklich komplett horizontal geben, also es hat überhaupt keine Probleme mit dem Gewicht. Der Mechanismus fühlt sich auch sehr sehr gut an und kann wirklich in jeder Position stoppen. Tabletständer schön und gut, das können viele. Natürlich ist das höher, aber trotzdem ist er rein als Tabletständer vielleicht ein bisschen zu teuer. Wie schon gesagt, das besondere ist diese horizontale Platte und jetzt kommt es. Man legt einfach sein Tablet mit geöffneter Kamera drauf und könnte hier beginnen Dokumente zu scannen oder irgendwas zu übertragen, was man sehen möchte. Man kann das Tablet weiter zur Seite legen, dann hat man hier mehr Platz etwas zu machen oder man macht es dadurch die Mitte durch. Das geht auch, kann dann wirklich hier damit arbeiten. Man kann auch Hochformat machen, wenn man möchte und auch so lassen sich natürlich tadellos Dokumente scannen. Also das funktioniert wirklich sehr sehr gut. Bei Samsung hat man jetzt eben den Vorteil, wie man sieht, dass er kennt sofort als Dokument. Man kann scannen, man hat immer alles gerade im richtigen Winkel. Also genau dafür ist dieses Ding gemacht. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wem würde ich dieses Ding tatsächlich empfehlen? Für mich gibt es zwei Gründe. Entweder man will sein Tablet wirklich höher bekommen als mit so einem ganz normalen Ständer. Es ist ja wirklich fast auf Augenhöhe sehr sehr angenehm. Es ist halt dafür schon ein relativ teures Ding. Oder eben dieses große 2D-Gebiet, wofür man sich es wahrscheinlich eher holt, ist dieses Dokumente scannen. Man will irgendwas live übertragen, was man so am Tisch macht. Also ich denke, genau dafür ist dieses Ding gemacht. Dafür ist es tadellos und da finde ich eigentlich auch den Preis in Ordnung. Falls ihr noch irgendwelche Fragen geben sollte, falls ich irgendwas ausprobieren soll, schreibt mir sehr sehr gerne und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020